Malo, möchtest du mal eine Anmoderation machen? Das versteht dann keiner wegen dem Akzent. Ja, das ist ja das Problem. Ich tue immer so schwer Hochdeutsch reden. Wenn ich jetzt nochmal reden würde, dann versteht mich keiner. Versuche ich. Aufnahme läuft schon, also kannst du jederzeit starten. Bist du beklopftet? Malu, warte, ich gebe dir eine Hilfestellung. Erstmal sagst du Hallo und herzlich willkommen, Freunde zu einer neuen Folge POT. So, jetzt bist du dran. Ich weiß, wie das funktioniert. Deine Anmoderation, oder? Abfahrt. 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 Ja, was? Gamer? Wie, wie gehen wir? Ja, mach mal. Achso, ich? Das freute ich schon. Ah, okay. Also will keiner. Habt ihr alle Angst? Amy, du? Ich hab keine Angst, aber ich wollte den anderen Mal den Zutritt lassen. Ja, ne, du bist schon raus. Du bist, äh, du hast das sehr gut gelöst. Dann komm mal kurz Henry hochmoven, der macht die andere. Äh, es gibt ja vier Folgen, gell? Ja. Das ist die vierte. Okay, dann ist die dritte jetzt, ja. Das ist die dritte. Dann mach ich die vierte, okay? Und dann hör ich mir das nochmal an und dann mach ich die vierte. Ja. Okay, also, okay. Jetzt, jetzt hab ich den Erfolgsdruck hier. Das war drei Minuten für eine andere Moderation gebraucht. Das war schon alles die Antwort. Ich hab euch verarscht. Oha. Aber eigentlich hab ich sie in Geheimen ja schon gesagt, die Anmoderation. Ja, eigentlich schon. Du hast sie begrüßt sich zu schauen. Genau. Ich hab nur nicht gesagt, mit wem man unterwegs ist. Und was wir machen. Ja, das wissen die ja, die verfolgen ja schon. Wenn ihr nicht verfolgt, ist es wirklich nicht nett. Da sind wir alle traurig. Dann bin ich traurig. Dann bitte jetzt abonnieren. Bitte jetzt abonnieren und rückwirkend. Ich glaube, das hier ist schon die fünftzigste Folge oder mehr. Naja, vierfünfzig, glaub ich, der Ommertum. Vierfünfzig und Vierfünfzig. So, Delta, gehst du los? Schon die ganze Zeit. Okay. Das ist schon. Das nehm ich. Ich schnippel mir das zurecht. Nee, lässt einfach komplett laufen. Nee, aber Amy. Ja? Das ist wirklich ein Fallfettmuffer. Jetzt habe ich Blumen und Knopfpilze. Das siehst du? Stimmt dich doch nicht an. Ja, wirklich. Genial. Nee, das hab ich mir auch schon gedacht. Aber ich hab das nie so wirklich verinnerlicht. Da ist das krank. Boah. Weil ich hab gedacht, wenn es direkt vor mir ist, warum nicht machen? Nee, das ist, also man kann's machen, aber du musst halt dann quasi doppelt machen. Ja, das stimmt. Und dann muss man warten, bis es wieder respawnt. Ich hab keinen Bock. Ja, nee, fühle ich. Wasserkocher. Okay. Toll. Kann ich dich heute Abend direkt benutzen? Oh Gott, Erik, bitte allerliebe, sag sowas. Kopfbilder. Äh, ich meinte den Wasserkocher. Ja. Aha. Ach, Leute. Äh. Ich farm. Ich farm. hier gerade zwei Sachen gleichzeitig. Ich hab vergessen, dass du dabei wirst, sorry. Oha. Das tut so weh. Das muss weh. Ich farm gerade zwei Sachen gleichzeitig. Boah, du bist, du bist richtig mächtig. Ohohoho. Ich mach voll five hat hier. Ohohoho. Töten, aber klingt uns eh nicht. Ich hab langsam Durst, glaub ich. Äh, Erik? Ja. Ohoho. Oh, ich brauch Tiger Nuts. Tiger Nuts. Oh, Tiger Nuts sag ich auch immer. Oben bei ein Kadaver. Oh, ich auch mal. Ich such mal mit für dich, ne? Oben bei ein Kadaver. Ja. So, Kadaver. Da oben sind Tiger Nusser und bei ein Kadaver. Aber wir können doch eh nicht essen. Oh, Erik, was geht denn mit Tiger Nusser? Was? Was hab ich? Es geht um die Tiger Nüsse, nicht um den Kadaver. Ey, hier ist ein Baron Busch. Ja, das gibt ja immer. Ja, ich seh ihn. Alter, hier. Warte, warte, warte. Aber warte. Wer muss? Da bleib ich hellhörig. Die essen immer alles weg. Ne, es gibt noch ein Delta, den zeige ich dir gleich. Ja, okay. Du bist so geizig. Das ist gigantisch. Die essen mir alles weg. Hier ist noch mehr Tiger Nuss. Ich bin nicht geizig. Ich achte nur auf meinen Dino. Auch wenn er erseuft im Wasser. Ja, du kriegst auch keine Vorwarnung. Ich dachte, das Bildschirm wird schwarz. Wird er auch. Er wird ja auch rot. Nee. Ich hab Videobeweis. Ich werd mir das auch angucken. Und wenn das wirklich rot würde, dann hat keiner Ahnung, warum ich das nicht gesehen habe. Aber es hilft. Nee, nee. Es wird nicht rot, es wird schwarz. Auf deine Brille. Nee, das war umtot. Der ist wie so ein, keine Ahnung, als hätte man mir die Flüssigkeit ausgesaugt. Aber du musst aufpassen, im grünen Tal, das Wasser ist sehr dunkel, deswegen siehst du es auch nicht. Deswegen ist es mir auch passiert. Ja, ich musste vor meine Augen anstrengen, überhaupt diese hässigen Spongebob-Chills da zu finden. Wenn du die Nick-Code nicht drin hast, dann ist das Wasser wirklich ziemlich unklar. Ja. Äh, den Buzzcode? Welchen Cheat? Nick-Code. Warte, warte, warte. Welchen Cheat? Nick-Code. Hier ist irgendwas. Außer es irgendwas. Also es kaputt ist hier das Wort. Kann man den Code einlösen dafür? Oh, hier ist ein EO, vorsichtig. Sie ist eine Cheaterin. Welchen Nick-Code? Eine Cheaterin. Oh, der kommt gerade auf uns zu, Delta. Wer denn? Wer ist hier irgendwo? Hier links. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der was Böses möchte. Ich weiß nicht, ob der was Böses möchte. Ich komme. Eric, geh mal zurück. Ich komme zu denen an zwei. Schau mal, was da passiert. Oh, die machen bestimmt wieder Party. Stego ein EO und noch ein Kentro und noch ein Stego. Aber wir sind Pflanze. Das sind aber Baby Stegos. Das ist egal. Ob du Pflanze oder... Ja, da ist aber auch eine Trezerathops. Ist egal, ob du Pflanze bist. Ja. Ich weiß. Mario hat mich ja in den Tod geportet. Wir haben das trotzdem lieb. Und ein Harzer. Und ein Harzführer. Delta, du musst hier hoch. Ich mag das. Hier ist so viel Action. Die wollen nur spielen. Delta, tut. Sie wollen nur spielen. Vorsicht. Ne, der macht schon. Ne, er schüttelt. Er schüttelt sich. Aber er schüttelt sich. Was bedeutet denn schütteln? Freundlich. Freundlich? Ja. Na ja, wenn ich... Wenn ich meine Schultern schüttle, so ist es eigentlich, wenn es mir egal ist. Soll ich mal brüllen? Also Angriff... Also Zeichen machen. Nein. Halt die Klappe. Boah, das ist... Money. Boah, er zeigt sich schlecht von so der besten Seite. Sehr vorbildlich. Dies, es gibt noch gute Boom-Tode. Der Stego ist Gregor. Gregor der Kantige. Jetzt Boom-Bom-Shot. Warum habe ich irgendwie das Gefühl? Die sind freundlich, ist gut. Soll ich das Schicksal herausfordern? Wie freundlich die sind? Nein, ey, da. Aber jetzt... Sie kommen trotzdem nicht höher auf, weil ich geh lieber. Ich komm mit, Malu. Ich hab Angst. So. Die sind freundlich, weil ich liege. Oh, geiles Bild aber. Uh. Böses Bild. Böse Bild. Warte, ich mach mal hier weg. Genau. Oh. Geiles Bild. Oh, der muss wieder zurückkommen. Das ist böse. Malu. Böse. Oh, wie er in den Sonnenuntergang schaut. Nee, Sonnenaufgang. Er hält sie die Chance grad mich zu töten. Er ist cool. Ich mag die. Nee, ich mag... Ich... Doch. Ich mag die. Ist doch richtig, ne? Ich mag die. Ja, ne? Guck mal, ich kann österreichisch. Ich höre auch in Französisch. 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 Ich hatte Spucken und es hat nicht funktioniert. Französisch. Siehste, wir haben Action... Ich habe Action provoziert. Man kann mir nicht nachsagen, dass ich es nicht provozieren würde, mich hinzulegen. Better kommen wir jetzt her. Warum? Warum steckst du... Warum steckst du hinten drinnen, Erik? Ich habe... Ich habe einen Stachelarsch. Wer ist auf mich rum? Okay, ich brauche... Ich brauche Blumen und Knopfblätter. Ich brauche... Blumen... Und Pranks. Ich hab' die Gnisse... Ey, die Gnisse bisher mal fertig, Erik. Ach ja. Ähm... Ich hab' etwas weniger als die Hälfte von beiden. Ok, dann kommen wir mal beim Bayern-Busch, da haben aber schon die gefahrenen Sprecher gerade krankesnackt. Hier sind nochmal ein paar Knopffilze bei mir. Hier sind Tiger Nuts. Na, die brauchst du gerade selber gleich, der da. Achso, hier sind keine Tiger Nuts. Der ist so asizial, ne? Oh, Delta. Das ist nicht normal. Wer ist denn so Privat-Däter? Äh, Wurzeln. Aber du hast recht, ich brauch Tiger Nuts. Macht mir Angst, die kann ich hellsehen. Ich kenne das Gebiet innen nur auswendig. Ach, hier treibst du dich immer rum. Hier kommen die ganzen Screenshots in Screenshots. Nee, das stimmt nicht. Ich hab meinen T-Rex hier großgezogen. Ja, da brauchst du ein paar Tage. Ui. Brauchst du zehn Stunden, um erstmal das Gebiet verlassen zu haben. Ähm, Erik, wie sieht's denn aus, wenn ich hier ab bisher ausrufst? Achso, nee, nee, der EU hat mir gerade gegen den Kopf geschlagen. Oh, warum das denn? Ich hab den Deinonykus, der an seiner Seite war geschlagen. Warum das denn? Aber ich dachte, der ist böse. Weil er sich auch so zu mir gedreht hat, so in dem Motto, ja schlag den bitte runter. Oh, Pranches. Oh, nach der EU-Richt für mir gedacht, ich hab mir gegen den Kopf geschlagen, seine Hörnern. Oh. Äh, hast du so wehden. Oh. Das weht so. Oi. Oh. Oh. Wir sind keine Talgernatz. Wir brauchen Blumen. Ah, ja, warum stehst du die doch von mir? Dann setz ich genau von mir hin. Und hier kannst du aber schrecken weiter. Ja, das hängt so. Oh, schnell, bevor der EU kommt. Boah, 10%. Uh. Bin gerettet. Uh. Ähm. Oh, es kommt da hinten um dir. Can't draw. 2 can't draw. Ich wurde eingeladen von Hard Timeys. Ist er Hard Timeys? Ja, das ist einer versehen an, ja. Hard Timeys. Ich kann aber nicht einladen. Ist kein Abonnent. Werter kommt, wir gehen erstmal runter zu den Wurzeln. Äh, ja. Aber die, die was neu ist, die sind da Dauer online. Aber. Ich hab's in den letzten Tag immer gesehen online. Ich brauche. Ich brauche. Trinken auch. Ich überleg grad, wie wollen wir's mit am besten machen dann. Willkommen bloß. Es ist ein schwieriges ausgetrockneter See. Mit der Ente ist es schwieriges Unterfangen, ne? Ja, wenn wir Richtung grüne Hügel gehen, rauf zur Wohnhügel. Warte, kann ich das? Wohin? Grüne Hügel? Ach, Pickelberg. Mann, dann weiß ich was du meinst. Du bring's wieder her wegen drei Blumen. Wirklich? Erik? Ich dachte wir wollten hier Pickelberg. Ne Wurzeln. Du gehörst jetzt erstmal hier in Ruhe zu Ende. Ja, okay, wenn ich sterbe. Okay. Ist dein Tod. Ja, aber siehste, so kommst du wenigstens mal weiter mit deiner Ente. Ja, aber. Ja, wir werden gleich sehen, wenn ich tot bin. Wegen verdurstet. Ein Viertel, Amy. Was wir erwähnt haben. Videobeweis. Ich hab grad mit meinem Finger auf dem Monitor gezeigt, aber ihr seht das ja gar nicht. Kennt ihr doch selber, oder? Ja, dann darf man die Äste in Ruhe, weil die dauern so lange. Ja, ich geh zu den Wurzeln. Äh, Erik? Ja, wir sind keine weiteren Blumen. Ja, ich wird nur noch die Blumen fertig machen und die Wurzeln und dann würden wir wieder gehen, weil ich bin auch nur noch unter der Hälfte von Trinken. Ja. Wurzeln. Geht klar. Böse Wurzeln. Der Bachi tut dir nicht gut, gar kann es sein, Erik. Warum? Und springt da hin und her. Hab mich halt gefreut, die anderen zu sehen. So. Fertig. Beat abgeschlossen. Dann lass uns. Äh, der ist, wir gehen hier hoch. Hier ist ein Bernbusch. Oh ja, okay. Das ist, äh, gut. Der Ambush ist gut. Oh, ich hab mal anrufen. Abwiesenheit. Äh. Okay. Wollen wir uns dann irgendwie wo treffen, dass wir gemeinsam laufen können? Ja, das geht euch. Okay, sehr gut. So beobachtet. Ja? Wo denn? Ich seh euch nicht. Ach, da hinten. Ach, wie sweet. So weit weg. Ja. Wir sind immer in eurer Nähe. Das ist irgendwie frustig. Ja. Aber der ist ja auch schon tot hier. Das gefällt mir aber mal wo. Aber der ganze Nürbi-Gang hier, oder? Ja. Hätte man töten müssen. Jemand hat da mal Freundschaft. Na klar. E.O. Stego. Kentros. Na klar. Ja, Training für dich. Zeig, was du kannst. Ein E.O. Zwei Stegos. Ja, das hab ich eh super von nicht. Ja, du hörst dein Baki auch noch in Hilfe. Ja, du hörst dein Baki auch noch in Hilfe. Ja, und nicht? Hallo. Ich bin zwar jugendlich, aber ich mach einmal ho. Ja. Und dich bisschen heranwachsend. Spiegel stark. Ich bin ein Monster bin ich. Na dein Glückwunsch, Malu. Emi, du guckst in die Richtung. Wohin? Na zu den beiden Onkelsiebern hier. Öl. Hallo. Ja. Aber die müssen doch eh in diese Richtung, oder? Ja. Ja. Ja still groß. Na wild. Warum tust du mit Baki immer aua. Loco hab ich's gemacht. Ich hab nur Durst. Ich hab auch Durst. Wir schauen. Schau mal sein Gesicht an. Komplett zerfletscht. Ist das nicht auch ein Busch da vorne? Leck mal. Was denn? Ich weiss es nicht, Delta. Nee, ist kein Busch. Sah so aus. Ich denke, hier gibt es drei. Eigentlich. Nee, war aber keiner. Hm. Nee, der hätte, wenn wir sind da dann. Ich hab keine Ahnung, wo du hemmelst. Ich folge nur die. Wir haben es geschafft, Malu. Ja. Ich folge nur die. Okay, vorwärts. Das Problem ist bei Amy mach ich aber auch mein Gehirn komplett aus, was die Richtung angeht. Weil ich denk so, die meckert schon, wenn ich falsch geh. Nee, das ist eigentlich nicht gut. Nee, das ist eh wirklich nicht gut. Weil es bist du dann ohne Amy. Nee, dann bin ich ja. Ja, dann weiß ich kurz lange muss. Warte, du meinst doch bei Grünhöke gibt es nur einen Bursch, gell? Ja. Prinzipiell gibt es eigentlich zwei, aber die sind halt abbremst, sag ich mal. Auf der einen Hälfte ist einer und auf der anderen Hälfte ist einer. Da kann man nochmal dran naschen. Na ja, rechts, also rechts Richtung Federnsee ist einer und der andere ist im Birchgut. Ja, aber weißt du was eigentlich das Endresultat daraus gehört? Nee, warte mal. Ja. Ich zeig dir mal. Du kennst ihn doch nicht. Oh, Entschuldigung, Delta. Nee, alles gut. Alles gut. Nee, ich weiß schon, unter der Wohnhülle. Genau. Da geht's rein. Ja, genau. Ja, stimmt. Da ist noch einer, ja. Und der andere ist oben bei der Federnsee. Genau. Oh, Stamm stehen hier noch so rum. Was ich euch nur damit sagen wollte ist, weil ihr euch darüber unterhaltet. Daraus können wir ja folgende Schlüsse ziehen. So, das Wort wollte ich sagen. Den Satz. Die Ente ist scheiße. Alter. Ja, die hat Hunger. Ich komm gar nicht zum Quest, weil ich die ständig füttern muss. Durst habe. Was auch für ein Durst zu haben? Scheiß Ente. Früher nichts anderes, wie die füttern und trinken. Schreibt einer Geschlechtsverkehr. Wo schreibt er einer Geschlecht? Ja, rip. Ja, rip. Add. GV. In global. In global. In global. In global. In global. Ah, in global. Oh, ne, da geht's runter. Ah, da lang geht's. Ja, ja, hab ich grad gesehen. Ist nicht gut, wenn man einen Chat guckt und läuft. Oder einfach nicht der Amy hinterher läuft. Wo bist du eigentlich, Amy? Unten. Was beim Wernbusch? Oh, wir sind auch unten. Äh, du bist glaub ich um den Weg gegangen. Guck mal, wär's hier lang gegangen, wär's auch schon unten. Jetzt bist du um den Weg gegangen. Wo ist denn der Busch? War der nicht irgendwo hier, Malu? Ja, da. Also, wo seid's denn hier? Na, der ist da oben. Sicher? Aber hier unten ist immer einer. Ne, hier unten hab ich nie einen gesehen. Aber oben ist einer. Ja. Vielleicht gibt's dann wirklich drei Stück. Aber ich kenn jetzt nur zwei hier. Mann, da ist ja nicht wieder was Neues dazu. Ich wusste nicht, dass ihr Ende ist. Hier ist er. Ja, genau. Da, wo der Erik steht. Ich hab keine Ahnung, wo Erik steht. Ich seh ihn gar nicht. Achso. Ah ja, ich seh ihn nicht. Ich seh ihn ja viel mit PC. Aber das hab ich halt auch nie gesehen. Ja, ist ein Buschi. Le Busch. Aber du hast? Ist da hier irgendwo Süßwasser? Ja, okay. Aber da würde ich sagen, wir gehen alle vorher in die Wunderlei. Da können wir eine Ruhe trinken. Ohne irgendwie vom Sakko gegriffen werden zu werden. Helmi, ich bin über den Buckel gesprungen. Ich bin über zwei Buckel gesprungen. Wo ist denn der Wohnhöhle? Ich bin über zwei Buckel gesprungen. Welche Wohnhöhle meint ihr? Na hier geht's. Ja, aber da ist doch kein Wasser. Also, weil ihr sagt in die Wohnhöhle gehen. Ja, damit wir den Wohnhöhlen aufhaben, damit wir nicht angegriffen werden können. Genau. Ah, Cheat aktivieren. Okay. Mario ist aggressiv. Ich bin sehr gerne Sarkos, Spinos und Zukos. Sarkos sind scheiße. Alle sind scheiße, wenn es ich nicht bin. Und mich angreifen. Die freundlichsten sind cool. Also bin ich nicht cool oder wie? Doch, du bist cool, du bist ja da. Ja, aber nicht freundlich. Doch, zu mir ja. Ja, 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 aber auch nur, weil ich muss. Du hast den Vertrag unterschrieben. Ne, also siehst du, Atemlos hat keine Verträge am Tisch gehabt. Besser. Denkt dran. Vielleicht lügt er dich ja auch an. Ah, willkommen. Ich hab was. Ja, ja. Wohnhöhle gehen, Delta. Wohnhöhle? Erst die Sicherheit, du gehst in die Wohnhöhle und gehst in die Wohnhöhle direkt wieder raus. Oh, okay. Und du setzt den Timer zurück, wo du hättest einen Höhle-Debuff kriegen können. Okay. Ich wusste ja nicht, dass ich den Cheater kriege. Ne, wir haben einfach nur ein Köpfchen. Ne, ich mag das Risiko. Ich mag die Action. Das andere war gezielt und da war ich salzig. Du musst echt aufpassen. Muss ich länger bleiben? Kann ich sofort wieder raus? Was? Ich hab diesen Cheat noch nie gemacht. Ja. Okay. Aber das könnt ihr echt Leben retten. Mir hat's auf jeden Fall schon Leben gerettet. Hm. Mir auch. What up. Oh, sterbe ich hier? Natürlich nicht. Wo 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 Delta? Was da? Wo wo Delta? Wo wo Delta? Oh, ich hab mich recht von der Wohnhöhle drin gegangen, schon links. Natürlich, wo einfach. Ich bin anders. 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 Die Ente ist nicht hübsch. Arschbombe. Und jetzt kommt da, jetzt kommt das Sackhund Ergis weg. Ey, aber weißt du was schlimm ist? Ich mache jetzt trinken voll, dann habe ich schon wieder Hunger. Also kommt mal mit der scheiß Ente auch mal zum Fest. Oh, hi. Was up? Das war ja wie Horrorfilm. Ich war erschrocken. Ja. Dödüm, 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 dödüm. Guckuck. Ich habe bisschen Pipi gemacht ins Wasser. Ich freut mich ganz besonders. Emmi, nicht trinken. Das ist verunreinigt. Ich habe reingepipit. Malo hat mich erschrocken. Das ist noch nicht hergeschwommen. Doch. Warte. Warte. Ich nehme es nicht. Wer ist jetzt zu dir? Okay. Also ich schwimme jetzt gerade in Pipi. Ja. Sexy. Ach, deswegen ist es Wasser so schön warm. Ja, aber eigene Pipi soll ja die Wunden heilen. Von sich selbst. Ja. Toll. Habe ich mal sagen was? Soll Pipi auch nicht bei Quallenstüche heilen oder so? Ja, das hilft schon. Das Problem ist, wenn der Mensch Infektionen hat, verunreinigt es die Wunde. So ist nicht so befehlenswert. Wo wurde der erste Teil? Also sich selber doch nicht auf den Arm bringen können, okay. Nee, also grundsätzlich Mandata hat er recht. Das stimmt wirklich. Also für Wunden ist es eigentlich schon desinfizierend. Genau. Aber nur die eigene. Muss man kurz sagen. Nur die eigene. Du darfst jetzt nicht den anderen anpissen. Genau. Das wäre noch habida unraffetisch. Weil ich muss das sagen, bevor jetzt Eric kommt. Warte, du hast eine Wunde. Ich pisse dich an. Mann, nee. Da kommt man wieder in das Video. Du wirst du uns schicken. Aber tatsächlich, wer ich nicht drauf bekommt, das zu sagen, ne, Delta? Nein. Ja. Oh. Also hast du dich unnötig abgesichert. Ja, okay. Man weiß ja nicht. Wer da war, was hast du drüber? Was ich privat hab? Wow. Ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ja. Ich hab gerade. Ich wollte was droppen, aber so privat so ein bisschen verarschungsmäßig. Aber das ist ja, komm, lass mal. Okay. Ich wollte jetzt privat meine Probleme erzählen. Das machst du nach der Aufnahme, bitte. Ja, genau. Nee, ich hab keine. Ich bin glücklich mit allem. Ich mach Mischlinge. Ich mach Mischlinge. Sagst du Mischlinge? Eine Mischlinge. Nein. Mischlinge, bitte. Mischlinge. Wir sind cool. Aber da sind Ecke. Delta willst du meinen Mischlinge sein? Ich bin der aller Mischlinge. Ist das meine? Das ist meine. Malu. Malu. Da ist tatsächlich schon richtig weh mit euch. Das ist ja schlimmer. Ach, alles gut, Malu. Mach deine Salzscheine. Na ja. Na ja. Da bist du glücklich. Na ja. Salzscheine brauche ich auch. Ja, aber die machen alles weg und dann... Das sind wenig. Mischlinge hat einer gequestet, glaube ich, oder? Mhm. Detektiv. Ja. Malu. Malu. Ich sag dir nie wieder, wo etwas ist. Er darf das. Mischlinge brauche ich ja auch nicht. Ja, darf das. Der ist größer. M-k-m. Wie mächtiger ist du. Ah, jetzt habe ich sie dann fertig, oder? Ja. Oh mein Gott. Mhm. Mhm. So. Ich muss mein Handy wirklich sortieren, ne? Das war Knobbis. 1, 2, 3, 4. Und Blumen, aber siehst du ja selber. Dann mach die Felsen. Ey, Marlo. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Ich weiß auch, wo die sind. Ja. Zum Thema. Ich muss mein Handy sortieren, mein neues, ne? Aha. Sieben Seiten. Auf der Homepage. Allein. Oh, wow. Das sind alles nur Apps, die ich von meinem alten Handy übernommen habe. Und die hat er nicht, hat er einfach, hat er nicht, hat er einfach, äh, anstatt einfach nicht auf dem Home, äh, äh. Tja. Das ist so amazing. Das ist, äh, ja. Was? Alter, du erzählst so random über der Handy, das ist gigantisch. Äh, Seilschein, kannst du ausmachen? Ey, Knopfhalser. Malo, siehst du, die Knopfhalser? Ja, na, du machst mich einfach fertig, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, fall mir nie an. Einer hat Seilschein gequistet. Detektiv Tonnen. Ja, das. Knopfhalser kann ich nicht mehr einsammeln. Oh. 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 Oh, Erik. Ha? Ha? Hat mich gestreckt. Ich hab's gehört. Ah. Mein Beileid. Und Malo hat gestöhnt. Echt? Das ist, äh, ein Hilfestöner gewesen, ne? Ach, hör bloß, wo bleibst du? Ja, ja. Malo braucht er Hilfe. Ah, Blumen! Halt! 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 Hä? Halt! 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 Ja, ich bin nicht zu schnell, ich bin ne fette Ente. Okay, beruhig dich. ich muss aber wirklich erst echt sagen es ist wirklich ruhig in den letzten folgen da kommt ein gespründet turbo gezündet ja ich verstehe deinen gedankengang ja crazy jetzt brauche ich hier saltstone und wir gehen erst mal hier eine kleine überraschung für dich ich mag überraschung ich auch das ist wirklich eine überraschung himbeeren exklusiv hundert prozent und während ich esse würde ich sagen wir verabschieden und schon wieder von der folge sind schon wieder 30 minuten wie schnell die zeit vergeht wenn man rumalbert im hintergrund in der ferne sehen wir malo und eric genau würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge bis gleich tschau